Ho Ho Ho! Jo 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 Leute! Herzlich Willkommen zu NBA! Die Christmas Games stehen an! Woche 10 Teil 4 von dir. Die Christmas Games. Los geht's! Heute um 18 Uhr. Alle Spieler live im NBA League Pass und in der NBA Christmas Day Konferenz. Los geht's heute um 18 Uhr. New York Knicks gegen Philadelphia 76ers und das Ganze geht 119 zu 110 aus. Für die New York Knicks herzlichen Duck Bones. Dann um 20 Uhr 30. Dallas Mavericks gegen Los Angeles Lakers und das Ganze geht 105 zu 102 aus. 22. Jahr für die Los Angeles Lakers. Herzlichen Glückwunsch! Dann um 23. Jahr. Boston Celtics gegen Milwaukee Bucks 133 zu 1. Das Ganze geht 133 zu 136 aus nach Overtime für die Milwaukee Bucks. Herzlichen Glückwunsch! Und morgen beziehungsweise heute Nacht um 2 Uhr. Live in NBA League Pass in der DAZN Christmas Day Konferenz und live auf DAZN. und im NBA League Pass in der DAZN. Golden State Warriors. Golden State Warriors gegen Memphis Grizzlies. Golden State Warriors gegen Memphis Grizzlies. Das Ganze geht 112 zu 114 aus für die Memphis Grizzlies. Herzlichen Glückwunsch! und um 4.30 Uhr live in der DAZN Konferenz auf DAZN und im NBA League Pass. Denver Nuggets gegen Phoenix Suns. Das Ganze geht 115 zu 114 aus für die Denver Nuggets. Herzlichen Glückwunsch! So, das war's mit den Predictions der NBA Christmas Games. Saison 20, Season 2020, 2022. So, wenn euch das Video gefallen hat, lass ein Däumchen nach oben da. Vergiss kein Abo, dann nimm es das Blöckchen, das nicht vergessen soll. Dann verpasst ihr keine Benachrichtigungen auf den Channel. Bis dann. Ciao! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF, 2020